Ich steh jetzt hier vor der Möllner Stadtmau... 1, 2, 3... Ich steh hier vor der alten Möllner Stadtmauern und wer mich kennt, weiß, ich kenn mich auch mit Mauern aus. Aber... 1, 2, 3... So macht man das, wenn man den Ton schneller macht. Ich steh hier direkt neben den alten... Ich steh hier direkt an der alten Stadtmauer, beziehungsweise... Ich steh hier direkt neben den Resten der alten Stadtmauer von Mölln. Und wer mich kennt, der weiß auch, ich kenn mich mit Mauern aus. Test, Test... 1, 2, 1, 2... Gut. Vielleicht werde ich was losgehen. Okay. Frank Plage ist der Gänsehaut-Spezialist unter unseren Livemusikern. 1, 2, 3... Frank Plage ist der Gänsehaut-Spezialist unter unseren Livemusikern. Ich habe selten etwas gehört, das so unter die Haut und direkt ins Herz geht. Mit einer Gitarre, Mundharmonika und mit einer außergewöhnlichen Stimme schafft er es, eine super Atmosphäre zu zaubern. 2, 3, 4, 3... Oh. 3, 4, 3... Das war total... Das war total... Äh, ja. Frank Plage ist der Gänsehaut-Spezialist unter unseren Livemusikern. 3, 4, 3... Danke. 3, 4, 3... Frank Plage ist der Gänsehaut-Spezialist unter unseren Musikern. Ich habe selten etwas gehört, das so unter die Haut und direkt ins Herz geht. Mit seiner Gitarre, einer Mundharmonika und einer außergewöhnlichen Stimme schafft er es, eine super Atmosphäre zu zaubern. Juhuu! Juhu! Juhu-Juhu! Juhu! Ich muss sie. Nein, das machen wir nicht. Reicht das ab hier? Ja. Wie euch? Ja. Ich bin ins Helmers gekommen. Und ich mag das auch überhaupt nicht mehr müssen.